Mein Name ist Gunter Dunkel. Ich komme an sich aus der Bank, habe mein Leben lang immer Bankgeschäft, davor war ich Berater in Deutschland, Österreich, New York und dann in Niedersachsen. Und jetzt bin ich Unternehmer und investiere in mittelständische Unternehmen und habe mir geschworen, 20 Prozent meiner Zeit, gebe ich der Gesellschaft zurück und deswegen bin ich hier als Präsident der Stiftung Niedersachsen. Ja, ich hatte, als ich Präsident wurde, zusammen mit dem gesamten Verwaltungsrat die Überlegung, was könnten wir eigentlich als neues Programm starten und haben den Input gegeben, vielleicht ist Wissenschaft und Kunst näher zusammenbringend eine sinnvolle Sache. Und von da an hat die Stiftung das übernommen und dann großartig in das künstliche Intelligenzthema sozusagen weiterentwickelt und das verbindet mich heute mit LINK. Ich habe also mehr als nur das Wissen, sondern auch viel Herzblut drin. Bei mir ist das zwischen privat und beruflich sehr schwer zu unterscheiden. Aber ja, ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Im Übrigen gilt das für jeden von uns, weil wir werden ja alle durch Empfehlungen von Amazon Opfer von künstlicher Intelligenz. Insofern ist das fast zwangsläufig. Aber ich habe mich auch beruflich damit auseinandergesetzt mit der Frage, wo sind junge Unternehmen, was machen die Universitäten. Und ich bin im Aufsichtsrat von Continental und da beschäftigen wir uns natürlich ganz intensiv mit künstlicher Intelligenz. Es gibt praktisch kaum ein Unternehmen auf der Welt, das diese Entwicklung nicht ganz grundsätzlich betrachten muss. Also wir wissen es nicht. Es ist ein sozusagen Gang über die Eisfläche, bei der man auch ausrutschen kann. Aber was ich mir erhoffe, ist eine gegenseitige Befruchtung. Denn ich stelle fest, dass die Wissenschaft weiß, dass sie ohne Kultur als sozusagen Transformationsleistung nicht so effektiv operieren kann. Und die Kultur darf sich von der Wissenschaft nicht abschotten, weil sie ja selbst in der Gesellschaft tätig ist. Und insofern hoffe ich mir gegenseitige Befruchtung. Und da bin ich relativ optimistisch. Aber wer weiß. Die wichtigste Voraussetzung ist immer das Team. Hervorragende Wissenschaftler, gepaart mit der Fähigkeit, ein Unternehmen aufzubauen und zu entwickeln, sind Voraussetzungen. Die gibt es übrigens in Niedersachsen. Und zwar nicht einzeln, sondern durchaus eine ganze Reihe. Wir haben eine hervorragende Universitätsszene, wir haben eine hervorragende Start-up-Szene. Und das Feld, wo man dann tätig ist, ist nicht zu entscheiden. Im Übrigen darf man das auch nicht überbewerten. Künstliche Intelligenz ist ja nichts anderes als maschinelles Lernen, wenn man das heute etwas auf einen Normalbegriff zurückführen will. Und künstliche Intelligenz ist auch noch weit, weit weg. Es ist enorm relevant, weil die Frage von technologischen Durchbrüchen, also nehmen wir mal Dampfkraft oder Elektrizität oder jetzt etwas neuer Atomkraft, hat immer zu starken gesellschaftlichen Polarisierungen. Es ist immer Faszination und Angst, die die Menschen beschäftigt. Und da hilft es nichts, nur zu sagen, wir argumentieren wissenschaftlich und sagen, das ist gut, sondern die Kultur muss einen Beitrag leisten dazu, diese gesellschaftlichen Veränderungsprozesse zu begleiten. Und deswegen ist es enorm wichtig und deswegen investieren wir auch sehr viel Herzblut und Geld in dieses Programm und verbinden große Hoffnungen.